Schauen Sie QS24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format «Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens». Und heute bin ich ein Fündiger geworden. Ich habe nämlich Bruder Niklaus Kuster gefunden, der ein Kapuziner ist, also ein Reform-Franziskaner. Und ja, ich habe seine Biografie gelesen und gesehen, was er alles erlebt und gesehen hat in seinem Leben, ist sehr beeindruckend. Und für mich ist es heute ein grosses Ziel, ganz viel lernen zu dürfen von so einem weisen Menschen, der heute uns beehrt. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, da ist unser Bruder Niklaus Kuster. Ganz herzlich willkommen. Sehr gerne. Jetzt fangen wir doch einfach mal an. Was heisst eigentlich Benediktmönch oder Benediktermönch? Woher kommt dieser Begriff? Also Benediktiner Mönch. Der Ausdruck Mönch kommt von Asketen in der Wüste Ägyptens oder des ganzen Orients mit der Zeit, die sich zurückgezogen haben und das Eine gesucht haben. Das Eine heisst griechisch Monos. Das Eine, das Entscheidende. Und der Monachos ist eben ein Mensch, der das Entscheidende sucht. Das Eine, das war natürlich spirituell gesehen damals die Sehnsucht nach Gott. In der antiken Staatskirche fanden verschiedene die Tiefe des Lebens so im Alltagstrubel nicht mehr und deshalb ein Rückzug in die Stille. Es gab dann verschiedene Formen des Mönchslebens im Osten. So Pachomios in Ägypten, Basilius in Türkei, Kleinasien, Griechenland. Im Westen hat dann Benedikt von Nursia, ein Umbrier aus einem kleinen Bergstädtchen Nursia, weit nördlich von Rom. Der hat so diese monastischen, diese mönchischen Erfahrungen des Ostens gesichtet und hat eine eigene Strömung ausgelöst, eine eigene Regel geschrieben für das mönchische Leben. In welchem Jahr war das? Das war so um das fünftes, sechstes Jahrhundert. Im Übergang fünftes, sechstes Jahrhundert. Die Völkerwanderungszeit, alles ging drunter und drüber im Westeuropa, im Abendland. Und da hat Benedikt Gemeinschaften gegründet, östlich von Rom in einem stillen Tal. Später ist er dann nach Monte Cassino abgewandert, nach Süden gewandert. Hat mehrere Gemeinschaften gegründet und hat ihnen eine Lebensordnung gegeben. Und von daher stammt der Benediktiner Orden. Das ist praktisch eine Synthese vieler verschiedener asketischer Erfahrungen im Gemeinschaftsleben. Und diese Regel, die wurde so ausgewogen, dass sie bis heute gilt. Aber es hat sich extrem expandiert. Also ich habe jetzt nur in der Schweiz geschaut und gesehen, da gibt es ja in fast jedem Stadt irgendwo ein Domizil von einem Benediktiner Orden, oder? Ja, der Benediktiner Orden ist im Mittelalter zu einem Erfolgsmodell geworden. Das heisst, wir haben in der Schweiz vom Bodensee, von St. Gallen, Insel Reichenau bis zum Genfersee, haben wir Abteien. Die Klöster heissen dann Abteien, weil der Leiter ein Abt ist, eine Vatergestalt. Die kleineren Klöster heissen Priorate, weil die einen Prior hatten. Die waren aber meistens einer Abtei zugeordnet. Aber das ist nicht eine schweizeigene Sache, sondern das hat sich wildweit verbreitet. Ja. Das heisst, Karl der Grosse und seine Vorgänger und Nachfolger, die Karolinger, die haben diese Art Klosterleben gepusht, gefördert, in ganz Europa verbreitet, in ihrem ganzen Reich verbreitet. Und insofern haben die für Kultur und Christianisierung gesorgt. Also auch Deutschland wurde wesentlich von Benediktinermönchen christianisiert. Es gab dann Reformen mit der Zeit. Klüni war ein Reformzentrum, die Klüni-Azenser. Die haben sich von England bis Süditalien verbreitet, von Spanien bis Osteuropa. Dann die Zisterzienser. Das sind Reform-Benediktiner. Die Benediktiners sind schwarz gekleidet, die Zisterzienser schwarz-weiss. Die gibt es in der Schweiz. Gab es auch ein Dutzend Klöster. Heute nur noch eines, die O-Triev, südlich von Fribour. Okay. Du selbst wohnst in Rapuschwil, also eben der Abtei in Rapuschwil, oder ist das ein Kloster? Ja, du kommst auf einen ganz, ganz wichtigen Ungeschied zu sprechen. Ich bin kein Mönch. Die Franziskaner, ich bin als Kapuziner, ein Reform-Franziskaner, wie du gesagt hast, und die Franziskaner sind keine Mönche, sondern Brüder. Im Volksmund spricht man zwar von Kapuzinermönch, Franziskanermönch. Okay, das Unterschied verstehe ich aber noch nicht. Kann ich da gleich erklären. Auch Martin Luther war ein Mitglied eines Brüderordens, die Augustiner-Eremiten. Und auch da spricht man von einem Augustinermönch, volkstümlich, das ist aber eigentlich nicht zutreffend. Weil die Mönche, die ziehen sich aus der Welt zurück. Wenn wir an St. Gallen denken, Gallus, der hat sich vom lebendigen, vitalen Bodenseeraum ins Steinachtal zurückgezogen. So in eine Schlucht, in einen Wald. Mein Rat, der Gründer von Einsiedeln, der hat sich in den finsteren Wald zurückgezogen. Oder die Mönche der Reichenau, die haben sich auf eine Insel zurückgezogen. Damals noch nicht durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Also die Mönche ziehen sich aus der Welt zurück, so ideell, manchmal auch wirklich, auch geografisch. Die Brüder, das sind Franziskaner, Dominikaner, Karmeliten, Augustiner-Eremiten, die wandern durch die Welt. Also wir haben ein völlig anderes Modell. Die Welt ist unser Zuhause, soweit das Auge reicht. Als ich vorhin zu Fuss darauf wanderte, von Staat, da nach Wartensee, habe ich über den Bodensee geschaut. Ich bin am letzten Sonntag, bin ich an eine Tagung gereist, nach Oberbayern und habe mir, weil wir da viel gesessen sind, ein bisschen Bewegung noch gegönnt und bin von St. Margrethe nach Lindau gewandert. Also um diesen Teil des Bodensees herum und ich habe heute mit Freude auf diesen Teil geschaut. Ich habe gesagt, ein Stück Welt, die mir vertrauter geworden ist. Also die Brüder, die sehen sich mitten in der Welt. Ich lebe in Rapperswil, zwar in einem Kloster, das ist aber drei Minuten vom Fischmarkt entfernt, eine Minute vom Rosengarten, zwei Minuten vom Schloss. Also da die Menschen, die tummeln sich rund um unser Kloster. Wir leben an einem Ort, der zwar still ist, wir können die Stille schützen, aber wir sind sehr erreichbar. Und da ist eigentlich den ganzen Tag haben wir Menschen in der Kirche, die Kerzen anzünden, Menschen, die an der Pforte klingeln, die in die Cafeteria sitzen oder die mit jemandem von uns sprechen möchten. Du hast jetzt gerade vorne noch Franziskaner, Benediktiner, Augustiner oder sowas erwähnt und noch zwei Order. Karmeliten. Die sind alle in ihrer Funktionsweise auch dem Volk zugewandt. Ja. Aber woher sind diese Unterschiede? Ist da irgendwo ein Revolutionärer gewesen, der das gegründet hat? Die Geschichte bringt neue Lebensformen hervor. Ich habe gesagt, Benedikt, der hat in der Völkerwanderungszeit gelebt, als vieles zusammenbrach. So Kultur, auch die Staatskirche des alten Rom, die ist in der Völkerwanderung zusammengebrochen. Es gab ziemlich viel Chaos. Es kamen germanische Völker, haben das Abendland besetzt, haben neue Reiche errichtet. In dieser Zeit des Umbruchs, der Umwälzungen schafft Benedikt von Nursia ein Lebensmodell, das auf Stabilität setzt. Stabilitas ist ein Schlüsselwort, um die Mönche zu verstehen. Äussere, innere Stabilität. Das Mittelalter hat dann eine germanisch-christliche Gesellschaft aufgebaut, so ein neues Gesellschaftsmodell. Man nennt das die Feudalgesellschaft und die war wieder ziemlich stark gegliedert. Adelige, religiöse, Klerus und Ordensleute, Mönche und Nonnen und Bauernstand. Diese drei Ständegesellschaft, die einen arbeiten und ernähren alle, die anderen sorgen für Ordnung. Das war der Adel, wenn er denn nicht Unordnung gemacht hat und Kriege vom Zaun gerissen. Und die Dritten, die sorgen für das Heil. Die beten und die feiern Gottesdienst, spenden Sakramente. Das war so die mittelalterliche Feudalgesellschaft. In diese Gesellschaft hinein entstehen oder erwachen ab 1100 die Städte. Die Stadtkultur erwacht neu, nachdem sie in der Antike eben zusammengebrochen ist. Und in diese neue Welt der Stadt, die voller Dynamik ist, Mobilität, Handel, Gewerbe, Austausch, Bildung. Also in diese neue Welt der Stadt braucht es auch eine neue Antwort von der Seite der Kirche. Und diese neuen Orden, die sind eigentlich Frucht der Stadtkultur. Franz von Assisi war ein Kaufmann, ein Kleinbürger in Assisi. Dominikus, der Gründer der Dominikaner, war ein Chorherr in Osma. Also der hat in einer Stadt gewirkt als Seelsorger, als sehr gebildeter Seelsorger. Und er hat dann gesehen, wir können nicht einfach warten, bis die Leute zu uns kommen. Wir müssen dorthin gehen, wo Menschen leben, wo die Menschen Fragen haben, wo sie suchen. Wir müssen in die Konflikte, uns in die Konflikte einschalten. Wir müssen Brücken bauen, wo die Gesellschaft auseinander driftet. Wir müssen das Evangelium in die Lebensrealität der Menschen bringen. Super, super. Das hört sich so schön an. Und wie stehen denn diese Orte dann mit dem Katholismus, also aus dem Vatikan, im Zusammenhang? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil nämlich, es gab schon im 12. Jahrhundert gab es dann Strömungen, die genau gesagt haben, wir müssen das Evangelium leben und es in die Lebenswelt der Menschen tragen. Jesus hat seine Freunde, seine Jünger ausgesandt zu zweit und hat gesagt, geht und bringt Frieden in die Häuser und die Städte. Und das haben im 12. Jahrhundert zuerst mal Priester ernst genommen und haben Wanderbewegungen gegründet. Die wurden dann aber von den Bischöfen oft wieder angesiedelt, lokal festgemacht, weil der Klerus darf die Ordnung nicht sprengen. Und dann kamen Laien, die diese Mission aufgenommen haben und die wurden dann von der katholischen Kirche verfolgt. Weil die nicht Theologie studiert, hatten keinen Sendungsauftrag, die haben das Evangelium gelesen, übersetzt in die Volkssprache und unter die Leute getragen und gelebt. Ja, von Herz zu Herz. Und eine dieser Bewegungen, die grösste, das waren die Waldenser. Und die wurden in der Zeit, als Franziskus noch jung war, wurden die verurteilt und verfolgt mit einem Kreuzzug und dann aus der katholischen Kirche heraus gemobbt. Die Franziskaner, die machen etwas ganz Ähnliches. Franziskus war Kaufmann, Modeexperte, nicht Theologe, nicht Priester. Und der wird vom Evangelium ergriffen und beginnt es zu leben. Es schliessen sich Freunde an. Kein einziger war Theologe, kein einziger war Priester oder beauftragter Seelsorge. Und dann hat aber Papst Dinozenz III. erkannt, wir müssen diese Bewegung von Laien, die das Evangelium ernst nimmt und unter die Menschen bringt, dahin bringt, wo die Kirche nicht mehr, die Franziskaner eigentlich eine Art Waldenser, die in der katholischen Kirche Raum fanden. Mit ganz kleinen Unterschieden. Die Franziskaner haben die Amtskirche nie verbal kritisiert, sondern nur mit ihrem Leben herausgefordert. Aber nie so eine wörtliche Kirchenkritik. Und das Zweite, bei den Franziskanern sind die Brüder durch die Welt gezogen und die Schwestern haben sesshaft gelebt. Die Schwestern haben nicht gepredigt. Bei den Waldensern war das ein bisschen zu kühn, kann man sagen, für die Zeit. Das sind Frauen mit Männern gemeinsam in die Städte, durch die Dörfer und haben das Evangelium verkündet. Das war um 1190 gesellschaftlich und kirchlich gesehen etwas zu fortschrittlich. Die die Schwestern sesshaft leben, wie Martha und Maria von Bethanien. Freundinnen Jesu, die ein offenes Haus hatten. Und die Brüder folgen dem Auftrag Jesu an die Jünger. Geht in die Häuser, in die Städte, in die Dörfer, baut Brücken, richtet Gebeugte auf, befreit Menschen aus ihren Zwängen, integriert ausgeschlossene, also Brücken bauen, Friedensmission, das Evangelium erfahrbar machen. Das, was in Lukas 10, in Matthäus 10, in der Jüngersendung steht, das haben sie beherzt umgesetzt. Die Dominikaner, die sind zeitgleich entstanden, die waren aber von Anfang an ein Priesterorden. Also da war klar, die haben Studium, die brauchen Studium, Top-Ausbildung, Priesterweihe, qualifizierte Seelsorge. Die Franziskaner waren zunächst grösst mehrheitlich Laien. Ist das heute noch so? Wir haben heute drei Typen Franziskaner. Der Orden, also dieser Orden, den Franziskus gegründet hat, der hat sich mit der Zeit aufgespalten in städtische Franziskaner. Die hatten grosse Klöster, Bibliotheken, qualifizierte Seelsorge, ähnlich wie die Dominikaner. Und dann die ländlichen Franziskaner. Die sind auch in die Städte, in die Dörfer, aber die haben gesagt, wir wollen eher ausserhalb leben. Franziskus hat sich nach seinem Bruch mit Assisi nie mehr in der Stadt angesiedelt. Der ist immer von aussen gekommen, mit einem Aussenblick. Dann gab es eine Polarisierung im Orden. Und 1517, nach vielen Einigungsversuchen, hat Papst Leo X den Franziskanerorden in zwei verschiedene Zweige getrennt. Die städtischen haben sich dann schwarz gekleidet und die ländlichen braun. Und die Kapuziner, die sind eine Reform der braunen Franziskaner, der ländlichen. Und ich kann sagen, die radikalsten Reformer, denen war so dieser Kompromiss der braunen Franziskaner, das war ihnen zu wenig. Und sie haben sich zu einer radikalen Wandermission entschieden. Ohne Klöster, nur Eremitagen und Wandermission. Und wir haben unsere Namen vom auffälligen Ordenskleid, wir haben etwas grössere Kapuzen als die Franziskaner. Also wir können die Kapuze über den Kopf ziehen und die schützt dann auch tatsächlich, wenn es regnet, die Brille. Wieso bist du heute nicht in braun gekleidet hier? Das wäre dem zufolge eigentlich dein normales Erscheinungsbild in Rapperschwil wahrscheinlich? Also ich trage jetzt das Ordensgewand meistens zum Gebet. Meistens zum Gebet und je nach Arbeit, je nach Einsatz, den ich habe. Wenn ich an der Uni Luzern unterrichte, dann bin ich so. Also je nachdem, wie mich, was mich erwartet und wie mich Menschen sehen möchten. Wenn jemand sagt, ich möchte dich als Vater, also als Ordensmann erleben und wir möchten dich so sehen, dann ziehe ich das Ordenskleid an, kein Problem. Aber man sagt ja, die Kute macht nicht den Mönch. Das gilt auch für uns. Also die Kute macht nicht den Franziskaner. Du hast ein Thema angeschnitten, aber das möchte ich den Zuschauern gleich sagen. Da mache ich eine separate Sendung dazu. Du hast nämlich den Bruch von Franziskus mit Franz von Assisi angesprochen. Stimmt, oder? Da möchte ich eine eigenständige Sendung machen, weil ich denke, da müssen wir ganz tief reingehen in diesen Franz von Assisi und da sollte eine ganze Sendung sein. Jetzt aber die Benediktiner, wo du dazu gehörst. Nein, Franziskus Kapuziner. Kapuziner. Da ist die Theologieausbildung Pflicht, oder? Nein. Auch nicht? Das heißt, wenn jemand, also wer sich uns anschließt, hat normalerweise die Matura oder eine Berufsausbildung. Als ich eingetreten bin, waren wir zu sechs und von diesen sechs hatten zwei die Matura und vier nicht. Eines war ein, der hat die Verkehrsschule gemacht. Das hat sich eigentlich mehr auf Post und so spezialisiert. Post und Bahn. Einer war Elektriker, einer war Maurer, einer war Ofenbauer und Plattenleger. Also die Mehrheit von uns, zwei Drittel, hatten handfeste Berufe. Okay, also das kann jeder machen, wenn er sich berufen fühlt. Was war dein Beweggrund, dass du diesen Schritt gemacht hast und mit was für einem Ziel? Ja, das ist eine lange Geschichte, müsste man mehr als eine Sendung machen. Ich kann einfach sagen, ich komme aus einer großen Familie und ich habe mir selber eigentlich auch eine Familie gewünscht oder von einer Familie geträumt. Ich wollte in der Primarschule Primarlehrer werden, in der Sekundarschule Sekundarlehrer, im Gymnasium Gymnasiallehrer und bin dann mit diesem Ziel an die Universität und habe Geschichte studiert. Ja. In Fribourg. Es sind eigentlich vor allem zwei Motive, die mich dann dazu gebracht haben, umzusatteln. Das eine war eine soziale Erfahrung. Ich komme aus einem sehr ländlichen Gebiet. Meine Mutter ist Appenzellerin. Mein Vater stammt aus dem Hinterland von Rapperswil, aus einem kleinen Bauerndorf. Ich komme aus einer sehr bäuerlichen Welt. Ich sage auch so eine sehr noch traditionsverwurzelte Welt. Und für mich war das Leben in der Stadt, Fribourg, so das Studentenleben natürlich super spannend. Aber mich hat die Stadt auch erschüttert mit sozialen Nöten. Ich habe die ersten Drogensüchtigen in Fribourg angetroffen. Obdachlose, die sich im Winter am Morgen steif aus ihren Pappkartons geschält haben, draussen übernachtet. Ich habe Verwahrlosung, Vereinsamung, Strassenprostitution, all das habe ich in Fribourg angetroffen. Ich bin jeweils auf dem Rückweg in meine Studentenbude. Durch die Ruelle de la Grande Fontaine, wo die Strassenprostitution zu Hause war, habe Streetworkerinnen kennengelernt. Jetzt nicht als Kunde, sondern als Passant. Und Schicksale, wo ich sagen musste, mein Gott, was ist mit unserer Gesellschaft los, dass man Menschen derart ausnutzen kann. Das hat mich sozial erschüttert. Ich wollte eigentlich damals Lehrer werden und in die Entwicklungsarbeit. Mein Lieblingslehrer hat in Tansania gearbeitet und er hat so viel erzählt. In Tansania Aufbauarbeit zu leisten, damit das Gefälle zwischen Europa und Afrika weniger krass wird. Ich wollte in diese Richtung gehen. Erlebte so eine ganz junge Freundschaft mit einer Krankenschwester, die das geteilt hat, die auch davon geträumt hat, in die Entwicklungsarbeit zu gehen. Und dann kommen so diese Erschütterungen in Fribourg, wo ich sagen musste, warum nach Afrika? In der Schweiz gibt es viel Handlungsbedarf. Und letztlich habe ich den Eindruck, steckt eine Sinnkrise dahinter. Also wenn ein junger Familienvater auf dem Weg von der Arbeit nach Hause noch zu einer Prostituierten geht und irgendwelchen perversen Wünsche erfüllt, da ist eine Sinnkrise dahinter. Warum diese Verirrungen? Oder eben auch, warum landen Menschen auf der Strasse und andere gehen völlig achtlos daran vorbei, an der Nöte von Menschen? Heute mit Flüchtlingen, wie können wir damit leben, dass Menschen Tag für Tag Menschen ertrinken im Mittelmeer? Also das erschüttert mich, so diese Realität. Den einen geht es gut, sehr gut, super gut und andere kämpfen und das alles nebeneinander. Das war so eine tiefe Anfrage. Was trage ich dazu bei, dass die Welt menschlicher wird? Und das andere war schon eine, ich sage mal, das ist die spirituelle Dimension, dass ich den Eindruck hatte, ich lerne an der Universität viel, ich hatte super Professoren, Professorinnen. Dass ich aber gemerkt habe, ich muss noch mehr, ich muss auch anderes lernen. Ich möchte Leben lernen. Leben mit Tiefe und Weite. Das ist für mich so ein schöner, eine schöne Umschreibung von Spiritualität. Dem Leben Tiefe und Weite geben. Und das lehrte mich kein Lehrer, keine Lehrerin. Das wäre zwar ein gutes Fach. Das muss ich anderswo lernen und für mich war eigentlich dann in dieser Beziehung der Rabbi von Nazareth, also Jesus von Nazareth, ein Meister, der mir Leben, Lebenskunst vermittelt. Ich wollte eigentlich auch da in die Schule gehen, beim Rabbi von Nazareth, bei Jesus Christus in die Schule gehen. Ich habe das Evangelium zunehmend fasziniert gelesen und hatte den Eindruck so, da kann ich vieles lernen. Und das beides hat dazu geführt, dass ich in eine solche Unruhe kam, innerlich und auch in eine solche Sehnsucht, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte die Schule wechseln. Ich möchte in die Lebensschule des Evangeliums gehen. Und das mir Franz von Nazareth ist sehr nahe gekommen, durch das Studium, das Geschichtsstudium. Ich hatte den Eindruck, der hat damals Antwort gefunden auf die Fragen, die ich heute habe. Beeindruckend. Wie bringe ich Tiefe in mein Leben? Wie bringe ich Weite in mein Leben? Das ist das Zeichen von Franziskus, das Tau. Und das steht eigentlich dafür. Tiefe und Weite. Je tiefer meine Wurzeln sind, desto weiter kann ich mich engagieren. Oder je engagierter ich in der Welt bin, desto mehr muss ich auch den Wurzeln Sorge tragen. Wachsen in die Tiefe und in die Weite. Und dann habe ich mich umgeschaut. Ich habe die Franziskaner näher angeschaut. Die schwarzen Franziskaner, die heissen in den Fribourg, die braunen Franziskaner. Und die Kapuziner kannte ich schon von Appenzell her. Da bin ich in die Mittelschule gegangen, habe die Matura gemacht in Appenzell. Die Kapuziner war mir durchaus sympathisch als Lehrer, als Schulleiter. Aber ich habe sie als sehr, ich sage mal, sehr normale Menschen erlebt. Schon einige sehr eindrücklich von ihrem Lebensstil her. Andere waren etwas verhaltensoriginell. Die fand ich so ein bisschen schwierig. Es gibt beeindruckende Menschen, es gibt immer auch ernüchternde. Und ich hatte eine von den Kapuziner, ich sage mal, ein zu realistisches Bild, um in meinem Idealismus direkt bei den Kapuziner anzudocken. Erst als ich dann mal Franz von Assisi kannte, den Gründer dieser Bewegung, und dann die Franziskaner und die Kapuziner verglichen habe, da habe ich gemerkt, die Kapuziner, die entsprechen mir doch am besten. Was ist denn die Aufgabe eigentlich, oder welche Menschen können sich eigentlich zu dir kommen? Du sagst, du bist ein Mann des Volkes, du ziehst dich nicht zurück, du gehst zum Volk. Das Volk hat Suchtiefe und Suchtbreite. Kann man einfach zum Beispiel in St. Gallen zu dir kommen, oder einen Termin machen, oder wie? Ja, ich bin 50 Prozent meiner Zeit unterwegs. Das heisst, ich lasse mich an verschiedenste Orte rufen, wo Menschen sagen, wir brauchen etwas von dir. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel einen Abendvortrag, da ging es um den Umgang mit der Israel-Gaza-Krise. Wie gehen wir, ich war in einem ökumenischen Forum, wie gehen wir mit dieser Katastrophe um, dass da im Heiligen Land Söhne und Töchter Abrahams verschiedener Religion aufeinander losgehen und einander umbringen und eigentlich die halbe Welt in eine Krise zu stürzen drohen. Da war von mir her jetzt einerseits geschichtlich etwas, wurde erwartet, das Thema waren heilige Kriege. Warum kommt es zu heiligen Kriegen, zur Idee, dass es heilige Kriege gibt? Ich war dazu eingeladen, aber natürlich im Kontext jetzt der Aktualität ging dann die Diskussion sehr stark darum, wie gehen wir mit solchen Krisen, mit solchen schrecklichen Entwicklungen um. Das ist die eine, wenn ich unterrichte an der Uni Luzern, Spiritualitätsgeschichte, ich unterrichte an Ordenshochschulen in Madrid und Münster, da gehe ich hin und ich werde von Gruppen, von Teams eingeladen zu Intensivtagen, Weekends, Kursen, wo es um Spiritualität geht, auch um Team-Spiritualität. Da gehe ich einfach hin, so wie ich heute hierher gekommen bin, ich komme und schaue, was mich erwartet und lasse mich darauf ein. Das ist so immer noch, ich sage mal, die Wanderdimension der Franziskaner. Man zieht durch die Welt, schaut, was einem erwartet und bringt sich ein. Die anderen 50 Prozent lebe ich im Kloster Appeswil und das ist ein Kloster zu mitleben. Das heisst, wir sind sechs, bald einmal sieben Brüder und eine Pfarrerin, eine reformierte Pfarrerin. Wir sind ökumenisch zusammengesetzt und wir lassen Menschen mitleben. Wir laden Menschen ein, eine Intensivwoche, eine viele Woche mit uns zu verbringen, ein Time-out oder wie auch immer man das nennt, ein Retiro, eine Auszeit. Und Kloster zum Mitleben heisst wirklich, dass wir nicht einfach nur ein Zimmer geben und sagen, nutze die Zeit, sondern wir integrieren mitlebende Gäste in unser Meditieren, in unser Beten, Tischgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft, und Vormittag auch anderthalb Stunden Arbeit, sonst haben die Mitlebenden sehr, sehr viel Freiraum auch. Aber ich glaube, das bringt denen so viel. Wenn man wirklich in einer Situation drin ist, wo man eine Hauszeit braucht und dann wirklich so in einer liebevollen Gemeinschaft aufgenommen wird, das ist Balsam für die Seele und gibt Kraft. Und das Gute natürlich sind, das sagen Mitlebende auch immer wieder, das sind die Rhythmen. Also eine Woche Freiraum, ich könnte ja auch in eine Alphütte gehen und mir eine Woche Freiraum gönnen. Aber diese tragenden Rhythmen, dass man am Morgen, am Mittag, am Abend und an der Schwelle zur Nacht eine meditative Zeit hat, eine Gebetszeit mit sehr viel Stille, sorgsam gestaltet. Dann Tischgemeinschaft, dann gibt es auch Gefäße, die es ermöglichen, Fragen, Lebens- und Glaubensfragen auszutauschen, sich über das auszutauschen, was mich beschäftigt. Das sind laute, ich sage jetzt mal, Elemente so im Wochenprogramm, die eben so eine Auszeit sehr fruchtbar machen. Mein Paten, Neffe, 19, Gymnasiast, Agnostiker, der hat vor einem Jahr, hat er sich eine Woche in Rapperswil gegönnt und er war total begeistert von der Gemeinschaftserfahrung und von den Meditationszeiten. Dass man viermal am Tag ganz, ganz still wird und in die eigene Mitte hört oder eben auch die Mitte wahrnimmt, die alle verbindet. Für mich ist das klar, ich bin bei euch alle Tage, ich bin mitten unter euch, ist eine Zusage Jesu. Für meinen Paten, Neffen, war natürlich als Agnostiker, war die Mitte ein Geheimnis. Und das hat Platz, man muss nicht religiös sein, um nach Rapperswil zu kommen. Es reicht eigentlich zu sagen, ich möchte meinem Leben eben Tiefe und Weite geben, auf welchem Weg auch immer. Und wir begleiten Menschen darin. Also es gibt so diese beiden Bewegungen. Die eine ist, geh hin, ich lasse mich hinrufen, wo Menschen irgendwas von mir erwarten. Sei es geschichtlich, sei es spirituell, sei es menschlich, sei es seelsorgerlich, sei es kulturell. Es gibt aber eben auch die andere Bewegung, komm her. Wir sind da, wir teilen unseren Lebensraum, wir teilen unsere Zeit, unsere Erfahrungen. Mönche bieten das auch an, nur ist in Mönchsklöstern das Mitleben im Allgemeinen in einem Gästebereich. Also die Gäste haben ihren Bereich, die Mönche einen eigenen. Und bei uns, wir leben Zimmer an Zimmer. Wir haben dieselben Etagen, duschen und so. Also es gibt da sehr viel Gemeinsamkeit, sehr viel gemeinsames Leben. Das ist genau das, was du schon anfangs gesagt hast, auf Augenhöhe fürs Volk da zu sein. Und es ist nicht so, dass man jetzt da wieder christianisiert wird, sondern man lebt eigentlich einen Brauch und schaut, dass es den Menschen gut geht wieder. Also echt bewundernswert. Du hast aber vorne noch eine Tür geöffnet, obwohl die Zeit durch ist. Ich mache eine Doppelsendung heute gleich. Du hast vorne noch diesen leidigen Krieg noch angesprochen. Und was ich einfach nicht in meinen Kopf kriege, ist, wenn man von Krieg redet, wie kann man nach 2000 Jahren Geschichte und Lehre Jesu, und das ist nicht nur er, hat das ja sehr leise gesagt, auch im Hinduismus, im Buddhismus, überall, so weise Propheten. Und wir sind heute immer noch in einer Machtstruktur drin, wo Geld, Gier und Machtverhalten über Menschenleben entscheidet. Und ich kriege das nicht in meinen Kopf. Ja, wenn ich Geschichte lehre, wenn ich die Geschichte durchgehe, auch die christliche Geschichte, finde ich so viel Unchristliches, dass man wirklich erschrecken kann. Für mich ist es schon, als Jesus mal gesagt hat, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es gibt keine Verbindung. Also wenn ich, du hast Gier angesprochen, also Gier, Macht, Gier, Besitz, Gier und so weiter. Also wenn Gier den Menschen leitet, dann kommt es, es kommt nie gut, wenn das mit Religion verbunden wird. Und diese Allianz von Religion und Politik oder Religion und Wirtschaft, Religion und Macht, die ist immer unheilvoll. Für mich ist tatsächlich, deshalb die Erinnerung umso wichtiger, Jesus von Nazareth, der hat Gewaltlosigkeit gelebt, Feindesliebe gelebt und gepredigt und wurde von seinen Gegnern aus dem Weg geräumt und hat noch am Kreuz für seine Gegner gebetet. Das ist eine derart radikale Botschaft der Gewaltlosigkeit und der Feindesliebe, dass es für mich wirklich nicht nachvollziehbar ist, wie konnte eine Kirche, wie konnten Kirchen, verschiedene Kirchen immer wieder auf Militanz setzen und ihre Interessen mit Macht und mit Gewalt durchsetzen. Das ist eine Perversion. Franz von Assisi hat das damals erkannt und hat auch radikal auf Gewaltlosigkeit gesetzt. Als der Papst zum fünften Kreuzzug aufrief, hat er das Unterlaufen, ist nach Ägypten gereist und hat zuerst versucht, die Kreuzritter vom Kampf abzuhalten mit der Botschaft, dass es keine Gewalt im Namen Gottes gibt. Man darf sich bei Gewalt nie auf Gott berufen. Er wurde ausgelacht im christlichen Lager und ist dann, und das war dann revolutionär, über die Front gegangen, ins Lager des Sultans, der Muslime, von denen er wahrscheinlich nur Schlechtes gehört hatte vorher in den Kreuzzugspredigten. Ja, wir doch auch heute noch. Wo man da von Ungläubigen spricht, von Bestien. Also damals hat man von Bestien gesprochen, von Teufelssöhnen und so weiter. Man hat den Sultan zum Teufelssohn erklärt. Und Franz geht über die Frontlinie und hat offene Augen, offene Ohren und entdeckt eine Menschenliebe und eine Gottesfreundschaft in der anderen Religion, die ihn beschämt haben. Es hat gesagt, unglaublich, so viel Gottesfreundschaft, so viel Humanität. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden zu Sultan Muhammad al-Kamil, dem Oberherrscher des Islams im Orient. Und Franziskus kehrt zurück nach Italien und lernt von der Spiritualität der Muslime. Franziskus ist Franz von Assisi. Jawohl. Genau, also er selber schreibt sich Franziskus, das Französchen, das war sein Kosename. Und Franz von Assisi ist unsere Abkürzung. Also Franz ist die deutsche Kurzform von Franziskus. Er kommt zurück und er schreibt Briefe an die Menschheit. Etwas Ungeheuerliches für damalige Vorstellungen. Briefe an alle Menschen auf Erden, wo auch immer sie sind. Und er wendet sich geschwisterlich an sie. Das heisst, die Frucht dieser Erfahrung, dieser Begegnung mit dem Islam bei Franziskus, ist die Vision einer Menschheitsfamilie. Die ganze Menschheit ist von Gott verbunden. Gott ist der Vater jedes Menschen. Das heisst, jeder Mensch, egal was er glaubt, egal wo er wohnt, ist letztlich Schwester oder Bruder. Zuerst hat er das wahrscheinlich nur im Christentum gedacht. Alle, die Vaterunser sagen, unser Vater beten, die sich an denselben himmlischen Vater wenden, sind Geschwister. Das hat Jesus schon gelehrt und gesagt. Die Begegnung mit anderen Religionen hat den Franziskus aber den Horizont geweihtet. Und er hat sich diese Gottesfreundschaft, die er im Islam antraf, damit erklärt, dass eben die Geistkraft, der Heilige Geist, grenzenlos wirkt. Und da, wo Menschen Jesus nicht kennen oder eben nicht kennenlernen wollen, weil ein Christusbild vermittelt wird, das abstösst, da hat der Heilige Geist die Chance, Menschen zu leiten, zu inspirieren. Und Franziskus, der findet zu einem Vertrauen, zu einer Hoffnung, aus der kein einziger Mensch herausfällt. Und eben das Zweite, er lernt von der anderen Religion. Er sagt zum Beispiel, die Muslime werden fünfmal am Tag zum Gebet eingeladen. Dass man fünfmal am Tag innehält im Alltagstreiben. Und sich bewusst macht, vieles ist Geschenk von dem, was da gerade geschieht in meinem Leben. Und dass man aufschaut und dankt oder sich neigt, je nach Religion, gibt es da die verschiedenen Haltungen. Und Franziskus schlägt dann vor, dass man in jeder Kultur auf Erden mindestens einmal am Tag mit einem akustischen Zeichen die Menschen zum Gebet einlädt. Und das haben die Franziskaner in Italien umgesetzt mit den Glockenläuten. Zuerst am Abend, dann auch am Morgen und dann auch am Mittag. Das ist also morgens, mittags und abends die Glockenläuten. Das ist eine Erfindung der Franziskaner. Und sie haben den Leuten im Umfeld ihrer Kirschen ein Kurzgebet, eine Kurzmeditation beigebracht, die man bei diesen Glockenläuten beten kann. Wenn du jetzt gleich noch die Brücke machst zu den Muslims, die machen ja das heute auch noch. Die beten ja auch regelmässig Richtung Mekka, kurz in Ruhe zu sich zu kommen. Also absolut genial eigentlich, was sie da gemacht haben oder heute noch praktizieren. Ja, wenn man das Ganze noch einordnet, dann finde ich, wir nennen ja das Glockenläuten heute, so das Angelusläuten. Weil die Meditation, die damit verbunden ist, die betrachtet die Begegnung Marias, der jungen Maria in Nazareth mit dem Engel, der sie gewinnt, Mutter Gottes zu werden. Also den Gottessohn auf die Welt zu bringen. Und lateinisch heisst das eben, der Bote Gottes kam nach Nazareth zu Maria. Angelus Domini visi David, also der Engel des Herrn kam zu Maria. Oder der Engel des Herrn brachte Maria, die Botschaft Gottes, so ist der genaue Text. Dieses Angelusläuten hat eben Franziskus letztlich angeregt, die Franziskan-Ravenes entwickelt. Franziskus hat sich von Mohammed oder vom Islam anregen lassen, von diesem Gebetshof des Muezzins. Von diesem täglichen Pflichtgebet, Salat heisst das arabisch. Mohammed wiederum, der hat seine Idee, also woher kommt die Idee, dass man fünfmal am Tag beten soll? Mohammed hat diese Idee, ich sage jetzt mal ganz irdisch, auch er ist inspiriert. Es gibt, Muslime sagen, der Engel Gabriel hat ihm alles Wichtige nahegelegt. Aber es gibt eben auch irdische Anregungen. Und das irdische Vorbild sind syrische Klöster. Die hat er als Karawanenführer erlebt, kennengelernt. Und in syrischen Klöstern lebten damals die Mönche in Zellen, in Höhlen. Und siebenmal am Tag hat ein Mönch mit akustischen Zeichen zum Gemeinschaftsgebet gerufen. Da kamen die Mönche aus ihren Zellen, aus ihren Höhlen in den Gebetsraum, ins Oratorium und haben gemeinsam gebetet. Siebenmal am Tag und einmal in der Nacht. Mohammed hat sich gesagt, das ist nicht nur für die Profis, für die Gottesmänner in der Wüste, das ist für alle Gläubigen. Aber siebenmal ist etwas viel, machen wir fünfmal. Die Franziskaner haben dann gesagt, fünfmal ist ein bisschen viel, machen wir dreimal. Woher kommen die syrischen Klöster auf die Idee, siebenmal am Tag zu beten? Es gibt ein Vorbild, in der Antike, in der frühen Kirche, haben die christlichen Gemeinden fünfmal am Tag gebetet. Wenn die Sonne aufging, wenn sie ganz oben stand, wenn sie unterging und vor den beiden Hauptmahlzeiten fünfmal. Mohammed, die Klöster haben gesagt, fünfmal reicht nicht. Wenn man natürlich Familie, Beruf und alles hat, dann ist fünfmal schon eine Herausforderung. Aber in der Wüste haben sie gesagt, wir beten siebenmal, weil das eine heilige Zahl ist. Und weil in den Psalmen, Psalm 119, steht, siebenmal am Tag erhebe ich meine Seele zu dir, meine Hände zu dir. Oder, ja, meine Seele zu dir. Und im Psalm 42 steht, mitten in der Nacht rufe ich zum Gott meines Lebens. Also eine jüdische Gebetspraxis. Einmal in der Nacht, siebenmal am Tag. Jüdisch. In der Heiligen Schrift kann man das nachlesen. Die frühen Christen haben gesagt, sieben ist viel, wir machen fünf. Die Klöster sind wieder auf sieben zurück. Mohammed ist wieder auf fünf zurück. Weil das so mitten im Leben doch schon ziemlich herausfordernd ist. Mitten im Treiben der Welt. Die Franziskaner sind auf drei gegangen, weil sie gesagt haben, ja, für Menschen mit Beruf und Familie ist dreimal schon eine Herausforderung. Also wenn man die ganze Geschichte anschaut, ist das ein jüdisch, christlich, klösterlich, islamisch, franziskanische, ein Lernprozess. Man hat einander inspiriert. Man hat sich anregen lassen. Jetzt war ja mal die Frage, wie kommt es zu Kriegen? Das Angelusgebet, dieses dreimal täglich beten, das ist ja eine Frucht der Begegnung von Franz von Assisi mit dem Islam ist. Das wurde es 1571 in allen katholischen Kirchen eingeführt und verordnet. Durch den Papst, 1571 ist ein verdächtiges Datum, der Seesieg der christlichen Flotte über die osmanische Flotte in Lepanto. Also da wurde die Seemacht des Islam von einer katholischen Flotte vernichtet. Und als Triumphzeichen für diesen Sieg wurde das Angelusgebet in allen Kirchen eingeführt. Da sieht man die Dynamik. Etwas, was eigentlich aus einer zutiefst gewaltlosen, friedlichen Begegnung der Offenheit für das Gegenüber, für den anderen entstanden ist. So diese Gebetstradition, die wurde zu einem Triumphzeichen für katholische Macht, für einen Sieg, für die Vernichtung des Anderen. Also ich habe vorhin mal von Perversion gesprochen. Man kann das Evangelium, man kann auch Spiritualität, Religion pervertieren und zum Instrument für Macht machen. Ich höre es immer wieder, wenn da irgendwie mal wieder ein amerikanischer Präsident sagt, Gott steht hinter uns, wir müssen jetzt in den Krieg gehen. Dann macht er doch, geht mir gerade die Hals zu. Wie kannst du nur so etwas sagen? Oder wir machen einen Friedenskrieg. Also man ist auch diese Perversionen an Formulierungen. Und trotzdem frage ich mich immer wieder, wann gibt es mal eine Religion der Menschlichkeit, wo eigentlich die christlichen Lehren oder auch buddhistische, hinduistische, muslimische Sichtweisen einfach nur gelebt werden als Ziel des Lebens? Ja, ich persönlich glaube tatsächlich, dass letztlich sind es die Mystikerinnen, die Mystiker, die die Spur weisen. Das heisst Menschen, die Gotteserfahrungen machen. Es sind nicht unbedingt die Glaubenswächter, die zu einer friedlichen Religiosität beitragen, sondern die Gottesfreundinnen, die Gottesfreunde, die Gotteserfahrenen. Aber die Zeit ist sowas von reif. Wenn jetzt einer aufsteht und sagt, wir vereinigen uns unter uns Gemeinschaften, weil wir eigentlich im Essenz das Gleiche glauben und denken und tun es. Ja, gut, ich komme dann vielleicht noch auf den Pilgerweg durch das Heilige Land zu sprechen mit christlich-islamischen und jüdischen Gefährten. Dann machen wir auch eine eigene Sendung. Genau, das hat mir sehr viel deutlich gemacht. Also gemeinsame Wege zu gehen und doch verschieden zu sein, wie das zusammengeht. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass die Gottesfreundinnen, Gottesfreunde, die Gott erfahren, die können nicht auf andere losgehen. Also wer Gotteserfahrungen macht, echte, kann nicht gewalttätig werden. Sagen die Religionen in Assisi. Bei jedem grossen Friedenstreffen in Assisi ist das die Botschaft. Es gibt keine Gewalt im Namen Gottes. Jede Gewalt im Namen Gottes ist gottlos. Das muss ich mir aufschreiben. Das ist ein schöner Satz. Vielleicht das Thema, das Thema jetzt wieder die Katastrophe Israel-Gaza. Es sterben hunderte, tausende von Menschen, Zivilbevölkerung auf beiden Seiten. Ich erinnere mich, dass Papst Franziskus, ich glaube am Pfingsten 2014, an der Schwelle einer neuen Eskalation im Nahen Osten zu einem Friedensgebet in den Vatikan geladen hat. Und da hat Simon Peres teilgenommen, damals noch Staatspräsident Israels, Mahmoud Abbas, der ökumenische Patriarch Bartholomaios, der für die Ostkirchen steht, die da sehr präsent sind, und Franziskus. Und die haben im Vatikan, in den Vatikangärten am Pfingsten oder Pfingstmontag ganz bewusst am Fest der Geistkraft für den Frieden gebetet. Und was sehr eindrücklich war, sie stellten sich gemeinsam hin und sagten, wir stehen vor demselben Gott. Wir glauben an demselben Gott, der unser Vater ist. Und wir stehen als Geschwister da. Es waren gemischte Delegationen, Frauen mitbeteiligt. Wir stehen als Geschwister da. Und eine Gewalteskalation unter uns ist auch ein Drama Gottes. Weil seine Söhne und Töchter aufeinander losgehen, einander aus dem Weg räumen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ich sehe immer noch, wie Simon Peres gebetet hat, also hebräisch als Jude. Und wie Mahmoud Abbas so schaut, also völlig ergriffen schaut, wie der Staatspräsident Israels zu Gott Yahweh betet. Und dann hat Mahmoud Abbas gebetet, arabisch als Muslim. Und Simon Peres hängt ihm an den Lippen. Wow, schön. Und die Botschaft von allen Vieren Delegationsleitenden, von allen Vieren war, wir beten zum selben Gott, der unser Vater ist. Schon Jesaja hat das in, und der Prophet Micha, die haben das schon in urbiblischer Zeit, da haben sie das schon skizziert und gesagt, Am Ende der Zeit lädt Gott zu einem Fest, alle Völker sind eingeladen zu einem Fest auf dem höchsten der Berge, am Ort Gottes. Und sie machen sich auf den Weg, die Völker, und sie schmieden unterwegs Pflugscharen zu, äh, Schwerter zu Pflugscharen und Lanzen, Spitzen zu Winzermessern. Also wenn die Völker erkennen, wir sind auf dem Weg zum selben Gott, an dasselbe Ziel, in ein grosses Fest, dann verliert jeder Krieg die Berechtigung. Und dann werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet, weil man merkt, die Schwerter, die sind weder gottgewollt noch menschendienlich. Pflugscharen braucht es, damit wir Hunger ernähren können, damit wir den Hunger überwinden können in der Welt. Und was jetzt passiert mit diesen neuen Kriegen, mit Ukraine, Russland, mit einem neuen Rüstungswettlauf, ist genau das Gegenteil. Ja, ich weiss. Wir schmieden Waffen und die Ernährung, es gibt eine Ernährungskrise. Total. Wir haben mal eine Statistik gesehen, wie wenig Geld das braucht, um jeden Menschen zu ernähren. Ein Bruchteil des Militärbudgetes. Aber wir haben ja kein Geld, wir müssen ja aufrüsten. Also du hast das jetzt wirklich so schön zusammengefasst. Ich kann nur hoffen, dass es in diese Richtung geht, aber im Moment erkenne ich in der Gesellschaft eher nicht das Wahrzeichen von Franz von Nazizi. Ich sehe immer weniger Tiefgang und ich sehe immer weniger Breite, sondern ich sehe eigentlich nur noch viele gesättigte Menschen, die von gar nichts mehr wissen wollen und einfach mit dem Mainstream mitschwimmen. Und auch ein bisschen eine, immer mehr gottlos. Ja gut, ich erfahre natürlich jetzt in meiner Lebenswelt, erfahre ich natürlich die Nachfrage. Also wir haben, wir haben dieses Jahr alle unsere Gästezeiten in Rapperswil, sind ausgebucht gewesen, wir haben zum Teil Wartelisten. Ich biete Pilgerwege an oder eben auch Reisen mit Tiefe und Weite. Das sind schon Reisen auch an inspirierende Orte, aber immer auch mit dem Ziel, dass ich zu mir selber finde. Und auch da Wartelisten. Also ich habe schon den Eindruck, es gibt eine neue, einen neuen Durst. Es gibt Bedürfnisse, klar. Und das nimmt zu, das nimmt zu. Und ich denke schon auch die Erschütterungen, die wir erleben. Ich erinnere mich, dass ganz am Anfang der Ukraine-Krise wurden Friedensgebete vorbereitet, organisiert. In der Kathedrale St. Gallen, in der Elisabethenkirche Basel, in Grossmünster, Zürich. Also katholische Kirchen, reformierte Kirchen, ökumenische Orte. Und die waren voll. Also man merkt, da passiert eine Erschütterung im Moment, so auch in den Sicherheiten, die wir haben. Und Menschen suchen Orte, an denen sie Halt finden. Also ich denke schon, es ist diese Sehnsucht nach Sinn, nach Tiefe, nach Spiritualität, die ist da. Oft ein bisschen unter der Oberfläche, aber die ist da. Und ich bin insgesamt hoffnungsvoll. Ja, ich glaube das auch, wenn man nämlich in sich horcht, sich die Zeit und die Ruhe gönnt, in sich zu horchen, dann weiss man und merkt man, dass da was ist, was uns auch miteinander verbindet, als eine grosse Familie, da bin ich mir ganz sicher. Deshalb sind ja diese Auszeiten, diese Hohephasen meiner Achtung so bedeutsam für jeden, um einfach mal aus dem Hamsterrad auszubrechen. Und vielleicht ist auch immer diese noch mehr und noch mehr Leistungsverhalten der Gesellschaft auch konträr zu einer tiefen und breiten spirituellen Entwicklung. Also Auszeiten ist das eine und ich finde, die andere Form sind Pilgerwege. Darüber möchte ich mit dir eine Sendung machen. Ich habe nämlich fast keine Ahnung, was das darunter alles gemeint ist. Lass uns das mal bitte thematisieren, weil wir haben jetzt eine Doppelsendung gemacht, 55 Minuten, und es war mega spannend. Und ich möchte einfach schon mal für die erste Sendung ganz herzlich Danke sagen. Ich habe so viel Verwirrung in meinem Kopf wieder in Ordnung gebracht, in eine Ordnungsstruktur. Denn viele solche Dinge haben mir keine Ahnung. Wirklich, ich bin reformiert aufgewachsen, habe aber wirklich über Geschichte und über Religion und Entwicklung null Ahnung. Eigentlich habe ich nur Vorurteile gegen alles andere. Seit Hussein Haibat, der Sufismus-Schüler, nennt er sich immer bei mir gewesen, ist, habe ich eine große Achtung vor jedem Moslem, vor dem Koran, muss ich auch sagen. Alles, was ich da gehört habe von ihm, wow. Und sie hat einfach wieder fest, wie wir alle manipuliert werden. Eines ist gut, das andere ist schlecht. Und jeder, der einen anderen Glauben hat, ist ein Terrorist und bla 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 hin. Und das, 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 das irgendwie lässt es spuren. Ich kenne Hussein Haibat, ist ein guter Freund von mir. Wir haben gemeinsame Freunde. Ja. Ich denke, Krishma, Prima Rupa, das hat uns vernetzt und verbunden. Genau. Es ist schon so, in jeder Religion, es gibt Menschen, mein Hussein ist ein, das ist ein mystischer Mensch, ein Gottesfreund. Es gibt in jeder Religion Menschen, die aus einer Gotteserfahrung heraus auch heilige Schriften lesen. Und es gibt in jeder Religion Fundamentalisten, Fundamentalistinnen, die das Gegenteil tun. Die das eigentlich, die heilige Schrift für eigene Zwecke und für eine sehr, ich sage mal, sehr exklusive Sicht der Religion verwenden. Die einen sind Brückenbauer und die anderen sind Fanatiker. Es gibt es in jeder Religion und die Frage ist halt ein bisschen, welche Kräfte setzen sich durch? Welche Strömungen setzen sich durch? So ist es. Danke ganz herzlich. Bruder Nikolaus Kruster war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen damit auch ein bisschen Verwirrung auflösen, aber Ihnen auch zeigen, wie wertvoll es ist, in die Tiefe des Lebens zu schauen, in die Breite zu gehen. Wie ich das jetzt gehört habe, als Symbol von Franz von Assisi, fand ich super gut. Und ich denke dezentlich auch, dass die wahre Gesundheit unseres Körpers auch in einem gesunden spirituellen Geist herrscht oder letztendlich sich ausdrückt. Und deshalb sind wir ein Gesundheitsfernsehsender, um Ihnen auch solche weißen Informationen vermitteln zu dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF, 2020